Für Seele, Geist und Körper. Auf fünf Etagen will das neue Yoga-Haus in Stuttgart einen passenden Ausgleich zum stressigen Büroalltag bieten. Zur Eröffnung kamen gestern rund 150 Gäste. In unterschiedlichen Kursen können hier nun Anfänger, aber auch fortgeschrittene Yoga in all seinen Facetten erleben. Auch Männer heißt das neue Yoga-Haus ausdrücklich willkommen.